Warte kurz. Und los! Was machst du mit meinem U-Boot? Die strukturelle Integrität wurde beschädigt. Wenn ihr nicht abhaust, wird die ganze Hülle schmelzen. In sieben, sechs, fünf, vier... Ich wollte Sie gerade fragen, ob das Ding eine Rettungskapsel hat. Weg da! Schuri wird so sauer sein, dass du ihr U-Boot zerstört hast. Von all den waghalsigen, halbgaren, vollständig Irren. Was du wohl sagen willst, ist, danke, Hunter, dass du so unglaublich bist. Du hast uns fast umgebracht. Fast tot ist aber nicht tot, oder? Ich sagte, ich bring dich rein und du, Bruder, bist drin. Ja, und zwar dank mir. Ganz genau. Das war auch der Plan. Ich mach uns Feuer unterm Hintern, dieses Mal wortwörtlich, und du rettest uns, wie immer. Sieh's endlich, Einti Challa. Du bist ein wenig vorhersehbar. Das ist kein Plan. Das ist pures Glück. Tja, manchmal spielt Glück eben eine Rolle. Dann hast du dein Glück offiziell verbraucht. Denn ab sofort habe ich hier das Sagen. Du befolgst meine Befehle. Ich habe Vater gesagt, dass wir eine Einheit im Untergeschoss postieren müssen. Tja, verhaftet sie. Da du jetzt das Sagen hast, wie lautet dein brillanter Plan? Ich arbeite daran. Ihr hättet nicht nach Atlantis zurückkommen sollen, Black Panther. Jetzt werdet ihr nie wieder gehen. Nun, sie ist freundlich. Sie ist da Thomas' Tochter. Das Temperament liegt dann wohl in der Familie. Sieh dir das an. Wir sind gar kein so übles Team. Orca, bitte komm. Tut mir leid. Das hier ist deine Privatparty. Rühren Sie mich noch einmal an. Und das Ergebnis wird Ihnen nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal.